Die gute Mutti. Der alte, demente Oma flippt völlig aus, alle sind irgendwie ihre Feinde, das bildet die sich ein, diesem Endstadium der Gemenz. Die reißt sich schon gerade der da raus, Technologie erforscht, jetzt haben unsere Viecher einfach nochmal Bonus gegen Infanterie, das heißt, nochmal 8 Angriff, weil die kämpfen ja hauptsächlich gegen Menschen oder menschengroße Feinde. Deswegen werde ich mir auch die Bären und die Eisbären irgendwann holen. Dann muss ich mal gucken, was von den Zweien besser ist. So, wir haben noch ein paar Seelen übrig. Seelen haben wir gesaugt, ja, Geschwindigkeit plus 10% aller Armeen, das nehme ich. Das war's. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, der Eishof. Ja. Ich bin nur eine alte Oma. Und ich klatsche dir ein paar, dann kommst du in meine Suppe. Kommt, wir holen uns die letzte Provinz. Der Oma klopft an die Tür. Mit ihrem Stock. Mach auf, du Jungspund. Wie kannst du es wagen? Das hat's früher alles nicht gegeben. Hm. Die verprügelt die jetzt alle mit ihrem Gehstock. Und auf den Anführer schmeißt sie ihren Rollator drauf. Das macht die. Das weiß man. Das muss man wissen. Das muss man wissen. So, Oma. Jetzt gucken wir noch einmal. Ja, die Maus. Heute gibt's Pudding mit Maus. Wo sind... Wo sind... Wo sind denn die ganzen Jungspunde? Hm. Oh. Das ist aber auch ein Riesenmonster. Der Wendigo. Ganz da hinten. Na gut. Wenn's denn sein muss. Tja. Unsere Oma hat was Besseres als ein Gehstock oder ein Rollator. Die hatten Dämonen-Hundeschlitten. Boah, ist das ein Bild. Und jetzt einmal in die Mutti. Ich halte meine Klappe. Jetzt geht's los. Dämonen-Hundeschlitten. Der Wendigo. Dämonen-Hundeschlitten. Dämonen-Hundesstitten. Wir werden nicht schlafen. Dämonen-Hundesstitten. Dämonen-Hundesstitten zufängt. Ja. � Das war's für heute. Ja, meine Wälder wachsen und wachsen. Ja, meine Wälder wachsen. Ja, meine Wälder sind hier. 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 Mit ihrem Taschengeld, mit ihrer Rente. Gut. Gut. Das war's. Gut. Gut. Ich weiß immer gar nicht, wo ich gucken will. Ja. Ja. Ja, meine Wälder sind hier. Ja. Mit Sicherheit. Ja. 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 Ich rufe schon ganz Müller. Ja. Anyway... Ja, warum... Ja. 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 Oma ist es. Das sind die Omas der Zukunft. Die boxen alle. Ich wollte gerade sagen, hier sind doch Tiermenschen aufgetaucht. Oh, jetzt will ich gucken, wie schnell die sind. 66. 77. 77. Wie schnell sind denn theoretisch die Spinnen? 84. 86. 83. Alter, wir haben nur noch so schnelles Viehzeug. Die Fledermäuse sind jetzt die schnellsten mit 121, aber die will ich nicht haben. Wie schnell ist denn da so ein Frostwürm? Ich seh den nicht. Wo ist denn der? Oh, warte mal. Kann ich den nicht haben? Elementarbär? Hä? Wieso kriege ich denn den Frostwürm? Ah, hier ist er. Ich wollte schon sagen. Weil das wäre schlimm. Geschwindigkeit 83. Okay. Weil das hätte mich jetzt geschockt. So, die Tiermenschen. Das gefällt mir ja nur gar nicht, gell? Was nehmen wir denn? Nahkampfangriff plus 5. Armeen des Charakters, wenn in eigenem Territorium. Also alle Armeen. Das ist jetzt nicht schlecht. Kontrolle plus 5 lokale Provinz. Oh, ey, die geht voll auf. Die beherrscht die Welt. Na gut, dann gehen wir jetzt auf unsere. Hier. Nahkampfangriff für alle. Sogar für den Frostwürm. Alles, was wir verwenden, ist hier drin. Die Hunde, unser Riesen-Vendigo, die Bären, die Elementarbären. Spinnen vielleicht später. Weißt du, wie überpowered die wieder werden? Die werden sie doch wieder nerven. Alles, was ich toll finde, tun die nerven. Dann können wir gleich alle Einheiten auf Angriff 1 machen. Ja? Und dann brauchst du das Spiel nicht mehr spielen. Die sollen aufhören, hier rumzuschrauben. Da. Nahkampfangriff 47. Das ist bestimmt schon wieder zu hoch. Na, da müssen 20 Punkte weg. So, im Seelen-Essenz. Komm, dann machen wir jetzt noch Chance auf magische Gegenstände. Dauert nur eine Runde. Was ist denn das hier eigentlich? Viele Monster nehmen die Form von gewöhnlichen Tieren an, aber zeigen ihre wahre Form aus Nebel und Schatten, sobald die Axt herniedersaust. Dann das mit der Geschwindigkeit. Wer ihm den nötigen Respekt erweist, dem öffnet der Wald einen Pfad. Wer dies nicht getan hatte, ward nie wieder gesehen. Nö, ein Quatsch. Und das hier mit dem Gegenständen. Jeder ängstliche Kislewit weiß, dass vorsichtige Schritte und ein wachsames Auge am besten mit einem verlässlichen Zauber unterstützt werden. Na da. Gut. Die Boxe. Gleich den Krieg erklären? Ich beherrsche diese Wälder. Jo. Seid Müll. Oh, jetzt wird geklopft. Komm, wir machen das mit unseren Hunden. Komplett. Oder? Ich will die Hunde jetzt eskalieren sehen. Die Oma, die braucht eine Pause. Die ist fix und fertig. Die kümmert sich in der Zeit um ihre Briefmarkensammlung oder sowas. Oder macht halt ihre Kreuzfahrträtsel. So, das heißt, die Oma und das Riesenfiel lassen wir versteckt. Aber eher hier hinten. Und die Hunde, die beobachten wir heute. Hunde gegen Hunde. Das sind meine Wälder. Was wollt ihr hier? Wollt ihr zum Essen bleiben? Jetzt geht's los. Das war's. Ah, hier geblieben. Oh. Gott. Einmal hier rein. Einmal die Hunde weggerannt. Mal gucken. Scheiße, ja, Mensch. Scheiße, ja, Mensch. Scheiße, ja, Mensch. Sprechen, ja, Mensch. Versuch. Drehen. Scheiße. Heiße, wir ξERT. Scheiße, ja, Mensch. Das месте, ja, Mensch. Ja, nicht mehr als Mitte. Das war's für heute. 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 Das Spiel ist doch nicht normal. Das war's für heute. Das ist doch einfach nur noch Chaos. Das war's für heute. 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 Alter. Das war's für heute. Das war's für heute. cool. Das war's für heute. 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 pareil, das war's für heute. Alter, wie die Oma abgeht. Oma ist die Beste. Jetzt hab ich die Faxen, Dicke. Jetzt ist Schluss. Alle auf dem Mund. Alle auf dem Mund. Alle auf dem Mund. Alle auf dem Mund. Die Oma ist es. Aha. Scheiß Fernkämpfer, ja. Jetzt ist Schluss. Das war's. Das war's. Hier ist Schluss. Willkommen in meiner Welt. Das war's. Ja! Haha! Alter. Tja, hättet ihr mal nicht mit euren blöden Zahnstochern auf mich geschossen. Dann hätte ich euch vielleicht am Leben gelassen. Ja, ne? Jetzt ist Schluss. Jetzt, jetzt, jetzt reicht's. Das war's. Jetzt trinkt die von ihrem Hustensaft, die Oma. Jetzt ist Schluss. Einfach 300ml Hustensaft. Und jetzt flippt die völlig aus. Die schmeckt die Farben. Die kann Lieder fressen. Die kann Musik aufessen jetzt. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Ne, jetzt ist Schluss. Hier ist Schluss. Alle kaputt machen. Alle. Komm. Die wollen nur in meine Rente. Scheiß Erbschleicher hier. Das, das war's. Das war's. Jetzt ist Schluss. Das war's. Ja, zerfetzen sie. Macht sie kaputt. Komischen Knurmel hier. Boxen. Komm. Schön zerfetzen. Wie die wegfliegen wie Müll. Die sterben übrigens durch die Schadensaura. Wenn die Tränen, die verfaulten Tränen runterfallen, das macht Schaden. Das heißt, die bloße Präsenz von dem Wendigo zerstört Gegner. Das ist der Hammer. Gut. Die hat die einfach noch zermatscht. Omi. Ah, ja. Diesen bunten Pilz werde ich mir einverleiben, damit ich die Farben schmecken kann. Ja. Ha, 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 ha. Nein, in meine Hütte, ha, 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 ha Alter, mit der Oma muss ich ganz viele Aufnahmen machen. Wie die abgeht. Was ist denn, wenn ich nachher 5, 6, 7, 8 solche Hexen habe? Was ist denn da? Ist das Spiel dann kaputt? Da verbrenne ich einfach das Spiel. Das wird gelöscht von Steam, weil die Oma zerstört das. Auf Steam. Das ist weg. Ey, wer weiß, was die alles nascht. Die ist doch durch, wie die abgeht. Die ist 500 Jahre alt. Die besteht quasi nur noch aus Falten. Aber die kann es mit Herkules aufnehmen. So ist die. Ja, Wustensaft wird da ein bisschen. 7 Wustensaft haben wir bekommen. Und? Neues Demenzlevel? Nee. Nee, nee. Komm, wir nehmen noch ein bisschen Wustensaft, oder? Komm. Und. Ausgelöscht. Reliquienschwert. Fraktion vernichtet. Menschenschinderstamm. Mohohohohohoho. Alter Schwede, die Oma. Ey, weißt du was? Die Oma. Weißt du, was die macht? Die bleibt hier stehen. Hier bleibt die stehen. Weil das ist erstmal der einzige Zugang zu uns. Weil die hier oben. Hier sind Skarfen. Das, das. Hier sind Skarfen. Ich weiß jetzt gar nicht, hier sind auch Dunkelelfen oben, ne? Die Skarfen werden nicht lange überleben. Vermute ich mal. Obwohl Skarfen auch sehr, sehr mächtig sind. Okay, das reicht bis hierhin. Alter, wir haben jetzt hier drei Schlachten geboxt. Aber geboxt. Richtig. Das ist, warum die Oma. Omi. Ey. Warum? Komm, wir verschmelzen das mal. Vielleicht kriegt man was cooles. Ne. Sterneneiserner Ring. Ne, das ist Müll, brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Da verschmelzen wir das mal noch. Das Buch von Aschur. Naja, das ist jetzt auch nix. Okay. Gut. Da bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Omi. Komm, wir machen eine Hustensaft-Session. Héhéhéhéhéhéhé. Ja. Ja, da bin ich mit demagger himmel. Da bin ich schницу? ują, sind wir weg.